Ich weiß, ob das... Der nächste Tag, Kuramoto Naomi Jetzt sind wir Naomi Das war die Vorgeschichte Jetzt sind wir Naomi Oh, ich setz mich hin und schlaf Wir haben den gleichen Körper und auch, ich glaub, ne motivierte Hand, ne? Ne, die rennt anders, guck mal, ja, die rennt anders Was für ein Detail Ja, hinter uns Bei uns war jemand mit dem Hut und vor uns im Raum war und hat da grad genüsslich Ich glaube, Leichen verzehrt Was man halt so tut Ist ein Vorortding Viele von euch sind ja Stadtkinder Die kennen das nicht, aber ist so ein Vorortding Einfach genüssliche Leichenverzehrung Gibt's halt ab und zu mal am Mittwoch So Ja, gut, dass wir die Sporttasche mitgenommen haben Äh Hey, Naomi Hä, ist irgendwas los, Senpai? Es gibt einen Großvater Wo ich möchte, dass du sich um ihn kümmerst Hm, wer könnte dieser Großvater wohl sein? Es ist Suichi Wie? She knows Sachi-chan kann sich nicht mehr um ihn kümmern Also könntest du vielleicht an ihrer Stelle gehen? Ja, na klar, aber Was ist denn mit Sachi-san? Oh Mach dir mal keine Sorgen Es geht um eine Beziehung Ja, das macht sie manchmal Beziehungen Sie wird auch nicht jünger Weißt du? Ja, auch nicht mehr älter, ne? Ich glaub' das, äh Und, ja, ich werde natürlich auch nicht jünger Klar Hahahaha Hahahaha Hmm Jedenfalls, äh Soichi braucht dich Ähm Denkst du, ich krieg das hin? Ich war noch nie im Patientenheim Also ich war noch nie im Haus eines Patienten Auf eigene Faust oder so Naja, wir haben grad Nicht so viele Leute Hahahaha Sind weniger geworden Und ich weiß, es ist hart Aber wir müssen unser Bestes geben Und mit dem aus können, was wir haben Ich habe seine Informationen auf deinem Tisch gelassen Ja gut, ich werde mein Bestes geben She knows So So, ich schau mich hier trotzdem mal um Da ist die leuchtende Pflanze Ich dachte, wir kümmern uns hier irgendwie im Altenheim um Leute Stattdessen sind wir hier immer auf Achse So Hier war es nicht, müsste hier sein, ne? Da, wo auch die Sporttasche war, glaub ich Wir waren aber schon hier Da ist die Information Äh, unser Rucksack Und eine Info Koga Soichi Ist 83 Jahre alt M-m-männlich 56 Kilo 170 Zentimeter groß Hat niedrigen Blutzucker Und der kriegt zwei Fit Flan Der kriegt zweimal am Tag Flan Ich weiß nicht, was Flan ist, aber der kriegt das zweimal Ähm, entspannt sich, wenn er ein Bad nimmt Und sollte auch jeden Tag baden, weil er mal schrat nach Urin stinkt Ähm Mag es überhaupt nicht rauszugehen Die Gründe sollten wir in Erfahrung bringen Ähm, in letzter Zeit sehr vergesslich Und wir sollten aufpassen Symptome von Demenz Sollten wir Flan ist Torte, okay Flan ist Pudding Hm, Tortenpudding Ähm, hat eventuell Demenz Ähm, Occasional Discomfort Science of Oh, hat Anzeichen von Frustration und Schmerz Und müsste eventuell auch Opiate bekommen Okay In letzter Zeit sehr vergesslich Gut, wir haben alles, was wir brauchen Opiate 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 Eh, 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 eh Goodbye Oh nein, ich erwische mich bei was Wieso mach ich das? Ey, ich fang schon wieder mit Erkundungstouren an Wir gehen gleich zu Opi, ne? Ich hab's doch nicht unbedingt eilig, weil da riecht's halt echt hart Wo Kommen wir hier aufs Dach? Natürlich Vorsicht laut Um, ja Da, da liegt ein Foto Ist das eine Karte oder das ist ein Foto auf dem Automaten? Äh, ist eine Karte Okay Ich will, ganz ehrlich, ich will die Karten diesmal eigentlich nicht suchen Aber ich find's geil, dass es eine Open World ist Also so Open Map Ein bisschen Okay, zuwendig sind hier viele Karten Darum geht's mir grad aber grad wirklich nicht Okay, jetzt will ich alle finden Nein, äh, da geht's mir wirklich nicht drum Ich wollt nur ein bisschen rumgucken Weil ich's cool finde, dass man hier einfach so rumlaufen kann Kann ich auch anderswo rumlaufen? Ne, ne? Da steht immer Ja, I don't need to go there Springen können wir nicht, wir können nur crouchen, ne? Okay Telefon Ob's die Nummern wirklich gibt in Japan? Ne, das sind ganz andere Nummerntypen Okay Steht über die Telefonnummer draußen drauf, nice Okay, cool Kann man hier reingehen? Nein Kann ich über die Straße gehen? Nein Ähm Moment Du hast eine reine Seele Hä? Du hast wirklich eine sehr, sehr, sehr reine Seele Ich fühle es Durch die Jahre, die ich bereits ein Mönch bin Habe ich ein Gespür entwickelt Aber ich habe in meinem Leben noch nichts gemacht oder erreicht oder so Das spielt keine Rolle Ich sehe, dass du dem Pfad folg, dem Weg folgst Das ist der Weg Besuch unseren Tempel Mit diesem Level an Bewusstsein, das du erreichst Solltest du dich ganz wie zu Hause fühlen Ja, okay, ich denk drüber nach Bitte, tue das Hm Und soll ich was spenden oder? Macht ihr da so ein bisschen Selbsterhaltung? Ackerbau, Viehzucht? Hast du mal ein Prospekt? Ich hasse mich So The way Oh, hier Was ist das denn? Das sieht ja gruselig aus mit dem Fenster da hinten Lass mich raten, ich kann hier gar nicht runter gehen, wie ich dachte, ne? Doch, kann ich Okay, bis hier hin Ja gut, ich hätte, ich hätte also eh da lang gemusst Ja, na gut Na gut Wir wissen doch, dass du die Karte alle finden willst Ich, weil ich die eh nicht alle finde und im Stream wahrscheinlich auch nicht die Nährfarbe drauf alle zu finden Ähm, weil das halt wirklich lange dauert Werde ich die Karten mitnehmen, die ich finde und das hinterher einfach für mich persönlich, privat persönlich noch beenden Habe ich ja bei Dingens auch gemacht, beim Delivery-Dings da Kann ich auch hier runter gehen? Oh, not the way Not the way This is not the way So, die Karten sind ja auch viel schlimmer zu finden Als die Dosen Die Dosen haben auch noch Geräusche gemacht Not the way Wat? Da ist ne Leiter zum anderen Haus Teekocher, ne? Oder Wasserkocher oder irgendwas Oh, Junge War keine gute Idee, sich ums Haus zu schleichen Das war keine gute Idee Oh, der Neuwagen Ich wollte mich ja mal ein bisschen umgucken Not the way Oh, okay Soll das ein Licht sein? Warte mal, was ist denn hier? Das Fenster ist offen Ich sehe, dass eine Planke die Badezimmertür blockiert Ich muss Etwas finden B Das Bowl sieht man gar nicht Ich muss irgendwas finden, mit der ich die Planke wegmachen kann Und es ist zu hoch Also brauche ich irgendwas, auf das ich treten kann Äh Geringverdiener Kann ich die Leiter irgendwie holen? Kann ich die Leiter irgendwie holen? Wahrscheinlich später, ne? So Gut, dass wir uns umgucken Sehr, sehr gut Wenn ich aber zufällig Karten finde, ist auch nicht so wild, ne? Also das wär Das wird sich halt so ergeben Aber gut, dass wir uns umgucken Da finden wir nochmal viele Sachen Offenbar Okay, wir brauchen einen Schlüssel für die Schuppentür Da liegt noch was Im Schuppen liegt noch was Da ist was im Schuppen Okay Ah Huch Wo kommt die denn her? Na das ist aber, äh, huch Ungewollt So wie Naomi So, warte Ähm Hier Nichts Ob wir, ob wir Sachi-Chan da noch finden? Ne, ne? Ob die Sachi-Chan, oder wurde die schon aufgegessen? Okay, gut Ich geh mal rein Briefkasten Achso So Ichi-Chan Jemand zu Hause? Ist offen, glaub ich Mailbox? Keine, 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 keine Post Okay Wir müssen leider noch einmal zum Wasser-Ketzel Ähm Ich würd gerne meine Schuhe ausziehen Aber es geht einfach nicht Ah, unangenehm Es wird gleich leider nochmal unangenehm laut Warte mal, hier liegt noch was? Hier ist eine verrostete Tinbox Und wir brauchen einen Schlüssel dafür Oh, gut Oh, warte, ich nehm die Kanne mal runter Oh, Junge Entschuldigung Ich mach das Wasser mal aus Ich- Oh, boy Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Haushalt? Ich leere den Kühlschrank Ich mach mal was in der Mikrowelle Ich fress den alles weg Es ist 3 Uhr Es ist immer 3 Uhr in diesem Haus Meine Fräse Da Und jetzt die Tinbox Das ist das Ding mit der Planke Da muss ich durchs Fenster irgendwann Ich muss pinkeln Ah, guck mal, da sind wir Naomi Ich bin's, eure Naomi Hallo Naomi.png Aha So Das Klo benutzen kann ich nicht, ne? Taschenlampe Oh, gut Oh, gut Glaube ich Ne Oh nein, der dampft schon wieder Hat es wieder eingepisst Ich glaube, der stinkt, ne? Ich- ich glaube, der stinkt Der stinkt halt wie die Hölle Muss ihn gleich waschen Äh, die grünen Dinger sind kein Grafikfehler, sondern den zeigen an, wenn ich irgendwas machen kann Wie zum Beispiel hier gehört ne Light Oh Gott, was? Nein Hier war mal was Ähm Ich sag nur kleiner blauer Junge Ich will da, da will ich nicht Okay, müssen wir Opa, wir müssen Opa irgendwie waschen, ne? Guten Abend zu Ichi-san Wie geht es Ihnen heute Abend? Äh Ich bin, ich bin Naomi Äh, Sachi ist in letzter Zeit sehr beschäftigt gewesen Und sehr, sehr aufgegessen Und ich werde mich, äh, ab jetzt um sie kümmern Ja Sachi? Der Kessel, achso, der Kessel, der Kessel hat noch gedampft Hab ich ausgemacht, ne? Und das Wasser hat jemand auch nicht ausgemacht Wo ist denn Ihre Familie, Herr Saichi? Ja, jedenfalls Ich muss jetzt ins Badezimmer schieben Also, ja, ja, okay Irgendwo läuft hier der Fernseher Die Schatten, ich hasse das hier Oh, ich mag das Spiel nicht Das hat ne ganz unangenehme Atmosphäre Oh, ich mag das nicht ... Ähm... Ich dachte, das Dröhnen hört es auf. Was ist denn im Badezimmer jetzt, Opa? Wie kann ich denn jetzt... Ach, ich muss das Bad hier erstmal öffnen, ne? Ja, ich kann da nichts machen momentan. Okay, die Tinbox öffnen wir bestimmt mit der Büroklammer von der Business-Krähe. Ich hole mal kurz die Business-Krähe, ja? Oh, die liegt aber auch. Die ist aber auch. Paperclip. So, danke, Vögelchen. Süß. Die haben jetzt auch ein Haustier. Das finde ich süß. So, die kümmern sich einfach um die Tierchen. Das ist halt sehr, sehr lieb auch. Okay. Ich wollte die Tinbox damit öffnen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob das geht. Pixel-Lock. Äh. Ah, der Schuppenschlüssel. Sonst nichts? Das ist eine riesige Truhe. Okay. Der Schuppinski. Gehen wir da mal rein. Taschenlampe anmachen. Ich weiß, wie das geht. L, F, geht alles nicht. Ah, jetzt. Okay, ich muss sie so anmachen. Ja, ist wirklich sehr dunkel. Ja, haste recht. Haste recht. Ist schon... Ähm. Oh Gott. Alter, das ist vom... Was soll das denn sein? Vom Baum? Das soll ein Blatt sein. Vom Baum. Da erschreck ich mich da schon vor. Junge, Junge, Junge. Okay, gut. Ähm, wo war'n... Wo war'n die Tür? Hier. Hallo? Ich hab doch... Achso, ja, okay, warte. Ich muss... So. Unlock the door. Say you love me again. So. Okay, lauter Pissbitte für'n Opa. Ich kann nicht gut in der Dunkelheit sehen. Deswegen hab' ich hier'n Taschenlampe, Mann. Wir nehmen das Tool. Was ist denn... Ah, damit kriegen wir die... Damit kriegen wir die Leiter runter, ne? Unlock my shed. Say you love me again. So, dann machen wir gleich hier. So, wir kriegen ne Opa schon ins Bar. Hat jemand gerufen? So. Oh, okay, warte. Boah, Junge, nicht so laut. Die schlafen noch alle. Jetzt die Leiter noch mitnehmen. Sehr laute Leiter. Sehr laute Leiter. Toyota. Okay, dann die Leiter hierhin. Ja, ja, ja. Step on it. Ja. Warte mal, die Leiter kann ich nicht hierfür verwenden. Die kann ich nur für drinnen gebrauchen. Also, keine Leiter? Ich. Das Fenster ist zu niedrig für ne Leiter. Ja, ja, ich hab die Leiter ausgewählt. Da, guck. Ich glaube, wir brauchen irgendwas anderes, ne? Wir brauchen irgendwas anderes zum Steppen. Ja, wahrscheinlich so'n... So'n Potti. So'n Potti-Stuhl oder sowas. Ich kann nicht mehr rennen. Cool. Das gibt mir große Hoffnung für das Spiel. Ich will wieder rennen. Alzheimer Kick. Für den Schrank drin, die Leiter. Ich war... Das... Ich hab... Alter, das hab ich nicht vergessen. Aber draußen müssen wir auch auf irgendwas draufsteigen. Und worauf steigt man drauf? Oft auf ne Leiter. Wenn man irgendwo hin will, was höher ist, nimmt man oft ne Leiter. Alzheimer Kick. So. Junge, Junge. Steig auf den Opa. Ja, pass auf, wir nehmen den Rollstuhl einfach. Wir ziehen den Opa vom Rollstuhl und dann nehmen wir den Stuhl einfach. Ja, okay. Where's your family? Ich muss sie ins Badezimmer nehmen. So. Man steigt auf Klugscheißer. Ey, das ist ne gute Idee. Auf großmäulige Klugscheißer steigt man. So, warte. Ich will halt nicht nach oben, ne? Drei Uhr. Was machen wir denn jetzt? Also, ich will legitim nicht nach oben. Aus Gründen. Obwohl, es stinkt ja nicht, ne? Ich geh mal gucken. Komm, ich geh mal gucken. Take a peek. Komm, ich guck mal rein, oder? Bisschen Luki-Luki machen. Boah, Gott sei Dank ist der Bimix. Oh, Junge, Junge, Junge. So, oh hey. Designer Koma-San. Ja, Koma-San. Oh, hey. Kann ich nicht lesen. Sehr viele Karten hier. Was ist das? Nichts, das ist Müll. Okay, cool, cool, cool. So. Hm, Dankeschön. Mehr gibt's hier oben nicht. Ähm. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ähm. Da will ich nicht mehr hin. Das war's für mich. Ich bleib jetzt hier. Kannst du die Tür oben nicht komplett aufmachen? Nee, geht noch nicht. Ich nehme an, später kommen wir da rein. Ob wir das wollen oder nicht. Weiß ich noch nicht genau. So, hier war Toilette. Äh, dann machen wir mal. Da war doch mal was hier. Ja, wad wohl. So. Ich geh nicht noch mal hoch. Ich hab grad Geräusche gehört. Jetzt geh ich hoch. Ich glaube, die hasst die Leiter. Warum verprügelt die Leiter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Bitte kein blauen Junge. Kein blauer Junge. Was ist das denn hier alles? Vor der Messi haus. Als ob. Ah. Spielelogik. Ich. Kein Jumpscare. Äh, es ist aber. Es ist aber. Äh, es ist.